. . . . . . Jetzt, nach anderthalb Tagen, den ersten Menschen in Weidgewingeln das Landleben zu betrachten. Ja, ich sehe schon, der sieht etwas anders aus als der DDR-Vergangenheit. Stasi, Zweiter Weltkrieg, Ortsteil Schwarzach. . . . . später. Ja, ich habe jetzt gerade mein Auto abgestellt am Parkplatz am Frügelturm. Aber schon nicht so schlecht. Ich würde mich jetzt als Leichtwanderhabe zeichnen wollen. Und natürlich... Denken, was ihr jetzt so denkt. Panoramaweg treffen. Ja, und die Landschaft ist eben auch hammer. Hat hier einen richtig schönen... Kraften und einfach Spaß haben. Ja. 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 Vielen Dank.